was ich so gerne alle spiele ja was nicht mit was das sagst du so ein neuer lebensgabend weg weg alles meins wo es 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 die einfach aus nix gespawnt sind sogar die stadt direkt vor mir die säcke da kommen wir gerade echt 14 auf uns zu und helikopter auch noch ernsthaft ich bin jetzt in der ecke sind sie tot na wo ist er denn da und dann so dass ich mir dass er über die stadt hat trotzdem erklärt dass sie beide okay ich sage nur so dass ich für die einzige so gut die beiden die karren schon direkt vor meiner nase da wusste ich genau so und ich habe ich 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 Achtung, da auch du kommst. die kommt auch wieder das ist die chili con carlo fraktion des trend zwei mal was haben die hier bitte gefressen so jetzt kommt noch ein heli ja ja wir verzweifelt sich immer weg also sie sind schon aus wie rechnung von den großen saus das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht haben wir das hier mit deinem litereinheit zu tun oder was meine ganzen lenkraketen haben gefallert ich habe die rohrbombe nicht hochgegangen früher hochgegangen ist wenn ich gerne mal wurde mit der rohrbombe geholt hat er 77 das geht was dazu braucht der wachlager vorher geld einsammeln ja ja alter insurgent oder ja 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 tschüss ja tschüss ja tschüss 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 fliegt aber auch manöver das unseres mann 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 ich gucke mal was hier oben abgeht nichts gutes wahrscheinlich nicht warum muss ich bei dem anblick an arzt denken an wen die band gibt es einen Song ich will alter 4-5-4-5-fahrzeuge das war's ich hoffe sie gerade berant worden es gab jetzt 4-5-fahrzeuge einander die hatten auch keinen bock mehr auf uns die dachten die pfeifen die holen wir uns jetzt das können sie nicht naja hat 12 punkte noch 12 punkte nach oben 13 nach unten ist dann drin das war's 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 so haben das war's Vielen Dank.